Und damit willkommen zurück zu Gothic. Ich habe ein Eck gefunden. Gut, hast du dafür Beweise? Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Hier. Genau um dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten, aber du hast die richtige Entscheidung getroffen. Ich habe mich dafür entschieden, es zu behalten. Allerdings halt nur für eine Weile, weil ich das hier jetzt lieber benutzen möchte. Ich habe das alte Lager gerade komplett durchsucht und ich habe Raven nicht gefunden. Deswegen, ich denke, dass ich mit meiner Vermutung, dass es sich bei dem Tagebucheintrag um einen Fehler handelt, richtig liege und Raven im neuen Lager zu finden ist. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Äh, nee, eigentlich würde ich keine Karte. Äh, nee. Ich wollte nur gucken, ob ich hier irgendwas verticken kann. Aber du bist nur so ein armer Schlocker. Du hast nicht genug Geld für mich. So, aber wenn ich dann schon mal hier bin, würde ich doch gerne mal mit dem da reden. Wo finde ich die... Geh zu, Graham. Ach so. Er wohnt drüben. Ja, ja. Nichts Neues. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Ah, Tatsache. Hier kann ich auch Stärke hochleveln. Aber das habe ich gerade hoch genug. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass es hier so ein paar neue Dialoge gibt. Nö, kein Bock. Ich hätte ja gedacht, dass es so ein paar Neuigkeiten gibt hier. Äh, wenn ich jetzt so die Anrufung des Schläfers beendet habe und so. Aber scheinbar interessiert es die alle nicht. Andererseits haben sie es natürlich auch nicht mitgekriegt, ne? Wir auch. So, ich hätte keinen Eintopf. Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Ja, bla bla. Und das... Bla bla. Das, äh, müssen wir uns nicht anhören. Nicht schon wieder. Ich würde mal gucken, ob Torus mich jetzt in die Mine reinlässt. Äh, in die Mine, in die Burg. Aber ich vermute ja nicht. Halt! Was ist? Du darfst nicht in die Burg. Hau ab! Na, okay. War ja klar. Hast du was Neues für mich? Äh, nein. Ich habe zwar, glaube ich, ja locker, ich bin 1000 Erz zweimal. Aber deswegen kriegst du sie noch lange nicht. Ich hatte nämlich so ein seltsames Gefühl, dass ich da auch noch reinkomme, ohne Erz zu bezahlen irgendwann. Nun gut. Aber jetzt werde ich mich auf den Weg zum neuen Lager begeben. Und wenn ich mich erinnere, habe ich vor vielen, vielen Folgen äh, hier zwischen den Lagern mal schwarze Goblins getroffen. Mittlerweile weiß ich, dass ich stark genug bin, um sie zu bekämpfen und zu gewinnen. Ich bin natürlich schon seit Anfang an in der Lage, gegen schwarze Goblins zu kämpfen. Interessant ist die Frage, ob ich gewinnen kann. Äh, und ich meine, wir waren hier irgendwo am Fluss auf dieser Uferseite. Äh, auf dieser Flussseite. Aber noch ein Stück weiter hinten. Ich weiß zwar nicht, ob man in dieser Richtung dann die Stufe erklimmen kann, die ich da damals nicht runtergefallen bin, zum Glück. Aber ich denke schon, dass es geht. So, jetzt erstmal hier ein paar Fliegen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und ich meine, hier war noch irgendwo ein Wolf. Könnte aber sein, dass ich den schon aus dem Weg geräumt habe. Nein, da ist er doch. Oh, das geht so einfach. Ich fühle mich gerade so übermächtig. Und dabei werde ich natürlich mit der Zeit noch viel, viel stärker werden. Ach je, rechts. Mist. Rechts, rechts, rechts. Na, rechts, rechts, links. Links? Nein. Rechts, rechts, links, rechts. Ja. Äh, ein niedrig Bier. Immerhin. Bisschen Erz und 25 Mal. Oder 15? Weiß nicht. Viel gebratenes Fleisch. Nee. Links. Hm. Links. Rechts. 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 Nee. Links. Rechts. Rechts. Links. Okay. Okay. Das ist jetzt eher mager. Aber. Der Vollständigkeit halber wollte ich das hier auch mal mitnehmen. Jetzt, wo ich stark genug bin, gegen diese Tiere hier erfolgreich zu sein. Weil ich dachte mir, den üblichen Weg zum neuen Lager, den bin ich schon zu oft gelaufen. Damit muss ich euch jetzt nicht nochmal quälen oder langweilen. Also ich würde ihn eigentlich mit zwei Schlägen kaputt machen, äh, äh, besiegen. Aber, interessanterweise kann er wohl sowas wie blocken, weil mehrere Schläge einfach überhaupt keinen Schaden gemacht haben. Na komm. Geht doch. Das ist genau Lörkerhaut und Lörkerklaue. Die fliegen da drüben, sind mir jetzt mal egal. Und, ah, ich meine hier hinten müsste das gewesen sein, den Goblins. Ja, da hinten ist die Stufe, genau, und da sind die Goblins. Boah. Ich hatte mal Probleme mit denen. Wahnsinn. Und das Verrückte ist ja, dass man im Laufe des Spiels noch viel mächtiger wird als hier. Ich bin ja jetzt nur ein, äh, ein schlechter Abklatsch dessen, was ich später mal sein werde. Von der Mächtigkeit her. Von, von der Kampfkraft her. Äh, genau. Komm, was soll's. Ich hab ganz viel von dem Zeug. Ich hab auch noch ganz viel Rohes, das hab ich diesmal nicht offscreen gebraten. Weil ich mir dachte, so 70... Äh, ne, ist man ja weniger, ist man nur die 50. Aber ich glaub, demnächst, in der Aufnahmepause, werde ich mal die... ...114 rohen Flystücke... ...verarbeiten müssen. Naja, was heißt müssen? Ich will! Na, kommt her! Ja! Ah, verdammt, alle auf einmal sind zuviel, ne? Nja... Hä, 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 ich bin überfordert! Nei, nein! Nei, nein! Nei, nein! Nei, nein! Nei, nein! Nei, nein! nicht geschlagen geben. Ich krieg das hin. Das wäre doch gelacht. Komm her. Kommt her. Da ist noch einer. Okay, da kommen die Ersten. Jetzt schnell zurück, damit auch nur die kommen. Ich glaube, mit drei komme ich zurecht, oder? Ich sagte drei. Ich hab gezählt. Du kannst dich nicht verstecken. Aber ja, wie erwartet. Drei waren einfach. Und ich hab noch nicht mal Schaden gekriegt, ne? Von den dreien. Genau, diese Stufe da meinte ich. Ja, das sind ja schon wieder fast zu viele gerade. Aber eben auch nur fast. Auch wenn ich jetzt mal ein bisschen Schaden gekriegt hab. Halb so wild. So. Jetzt will ich aber doch noch wissen, was die da in der Höhle so bewachen. Da hat ich bestimmt irgendwas Tolles. Aha. Ein Kochlöffel. Wow. Ein Trank und ein Schürhaken. Wow. Kann man den wenigstens als Waffe benutzen? Nagelkeule. Ja, tatsächlich. Da war er gerade. Schürhaken. Er macht ganze sechs Schaden. Und er ist immerhin drei Herz wert. Wow. Ich bin begeistert. Eigentlich nicht. Aber das sollte eigentlich klar gewesen sein, dass ich das nicht ernst meine. So, kann ich da hoch? Jawohl. Genau. Das, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein kürzerer Weg ist zum neuen Lager. Aber für dieses eine Malepaar auf jeden Fall abwechslungsreicher als der übliche langweilige Weg. Dort, wo es keine Gegner gibt. Und, äh, ich bin auch so ein bisschen gespannt, wo der Weg da oben hochführt. Ich weiß zwar noch, dass man den irgendwann gehen muss, vom Durchspielen vor vielen Jahren. Aber ich hab keine Ahnung mehr, wo der hinführt. Ähm, hab ich Erz, äh, von wegen Erz, Sumpfkraut dabei. Der hat ja schon was da links, der ist versorgt. Hallo. Aha, hier, nimm. Ich hab ein bisschen klar, hier. Wende mal wieder. Aber da gehen wir jedes Mal durch den Erz, ne? Witz. Ja, das brauchen wir nicht. Ähm. Wie viel hab ich denn davon? Wo ist denn das überhaupt? Das ist doch ganz rechts, oder? Beim, beim... Ja, da. Äh, nee, komm. Das ist es nicht wert. Den Aufwand. Hab ich Lefty eigentlich schon besiegt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. Wenn nicht, spätestens jetzt soll ich in der Lage sein, das zu tun, das zu tun. Ich speichere sicherheitshalber nochmal. Wer weiß. Na, Kleiner? Wahrscheinlich hast du recht. Hallo. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf, aber jetzt ist gut. Na, ist okay. Ich will nicht trollen. Was hat der denn zu sagen jetzt zu mir, so, nachdem ich... Hallo, Freund. Haha, Freund. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Äh, ja. Dann halt mich, Feigling. Oh, da steht einer. Der wartet bestimmt auf mich. Da will ich mal vorher speichern. Keine Ahnung, was da passiert. Nicht, dass der mich irgendwie rausfordert zum Kampf, wenn ich dann draufgehe. Ha, du bist es. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir erzählt, was du dort alles vollbracht hast. Für jemanden, der noch nicht so lange hier ist, hast du es schon weit gebracht. Es hat oft nicht viel gefehlt und ich wäre als Futter für die Würmer geendet. Ich habe eine wichtige Botschaft für die Wassermagier. Dann sprich am besten gleich mit Sartoras. Er ist der oberste Wassermagier und studiert den ganzen Tag irgendwelche Schriften. Aber egal, wie wichtig die Botschaft auch ist, die Wachen zur oberen Ebene werden dich nicht zu ihm durchlassen. Kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ich nicht. Aber Kronos, der Hüter des Erzes, kann dir vielleicht eine Erlaubnis erteilen. Wo finde ich diesen Hüter des Erzes? Wenn du von hier weiter gehst, stößt du nach dem Damm auf die große Wohnhöhle. Kronos hält sich normalerweise am Gitter über dem großen Erzhaufen auf. Aber er ist ein wenig arrogant. Du wirst ihn überzeugen müssen, dass deine Botschaft wichtig ist. Bis später. Hat der mir gerade ernsthaft erzählt, wo ich die Höhle finde, in der ich schon ungefähr 1000 Mal war? Auch bei ihm. Hey, ich habe gehört, du hast die Crawler in der Mine ganz schön aufgemischt. Lee ist bestimmt bereit, dich als Söldner aufzunehmen. Sprich doch einfach mal mit ihm. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außen... Aber... Ja, das kennen wir schon. Pass auf deinen Rücken auf. Aber wie ist denn die Lage so gerade, nachdem ich so lange weg war? Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch. Ach so, auch das ist das Gleiche wie immer. Pass auf deinen Rücken auf. Auch hier nichts Neues. So, aber der Homer mit seinem Kernkraft-Damm kann ja mittlerweile endlich wieder ruhig schlafen. Und steht nicht mehr hier so rum. So verloren. Genau, ich kann Söldner werden. Yay! Jetzt werde ich aber erstmal hier noch mal mich kurz umschauen. Hast du noch irgendwas? Nee, ich glaube, dich habe ich schon ausgenommen. Sag mir, was du hier hast. Nee, den habe ich ausgenommen. Nichts Neues. Es gibt scheinbar doch kein neues Erz in jedem neuen Kapitel. Ich dachte, das wäre so. Wen soll ich Bericht erstatten? Ich glaube, Mordpark war es. Hallo! Hast du noch was für mich? Nee, ne? Auch dich habe ich ausgenommen. Ja, ja. Wegen der Sektensache. Was gibt's? Die große Beschwörung hat stattgefunden. Nein. Du machst bei dem Schwachsinn mit? Ich bin neugierig, was dabei rauskommt. Ich auch. Sag mir Bescheid, wenn sich die Gurus bis auf die Knochen blamiert haben. Bescheid. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so... Ich würde gerne... Die Kurier... Da gibt's immer noch nichts Neues. Das hatten wir auch schon. Relativ am Anfang des Spiels. Ich dachte, das wäre... Ah ja. Okay. Das hat die Quest jetzt also schon abgeschlossen. Ich dachte eigentlich, ich sollte... Was war das denn gerade? Dem... Wie hieß er noch gleich? Raven, genau. Raven, noch Bericht erstattet. Mal Kagan. Ich klappe hier einfach nochmal die Leute ab. Ob die was für mich... Was für Neues für mich haben. Zum Beispiel... Der hier. Laris. Hallo. Altes Haus. Ich will... Ach so. Nur das Übliche. Stärke und Geschick. Kein Bedarf. Stärke habe ich genug. Geschick brauche ich nicht, weil ich nicht Bogen schießen werde. Sharky. Hallo. Ich könnte... Der hat... Boah. What the fuck. 2000 Erz. Wo hat er 2000 Erz her? Was ist meine... Meine Stärksamkeit? Wie viel macht die? 55. Und der Todbringer macht glaube ich 48. Okay. Das heißt, mein... Gruschpach ist tatsächlich stärker als... Ah. Es ist natürlich eine Heilhandwaffe, ne? Dieser Götterhammer. Das macht den natürlich besonders. Andererseits will ich ja zwei Händer. Und er hat hier leider nur... Ein Händer. So habe ich das hier. Aber... Ich kann hier immerhin mal... Gruschpach. Da hat es ein bisschen weniger Stärke gebraucht, werde ich es erstmal behalten. Für alle Fälle. Aber das da... Das da... Das da kann alles weg. Alles weg. Brauche ich nicht. So. Den brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Kann alles weg. Ich bin gerade am aufpassen, dass ich da nicht über die 2000 Erz komme. Ähm... Das ist die ganzen Nagelkeulen von den Goblins. Das war nicht besonders schlau. Das war nicht besonders schlau. Das war nicht besonders schlau. Ich meine... Die kann ich doch eigentlich immer mal wieder gebrauchen, oder? So Dietriche. 39. Ja, komm. Legen wir doch 100 drauf. Dann bin ich da erstmal versorgt. Mit Zeug. So, Langbogen. Wie viel Geschick habe ich? Weiß ich gerade nicht. Dann behalte ich die Bögen erstmal noch. So, die Pfeile werde ich erstmal behalten. Die Schürferklamotten vielleicht auch. Wer weiß. Vielleicht will ich ja irgendwann als nicht-neuer Lageranhänger durchgehen. Was ich nicht brauche, ist Geschicklichkeit. Ich brauche keinen Schutz vor Feuer. Weil ich Schutz vor Feuer und Magie habe. Dementsprechend brauche ich auch hier keinen Schutz vor Feuer. 3. Stärke Bonus 10. Behalte ich mal. Vielleicht muss ich irgendwann mal eine Stärkerwaffe spontan doch tragen. Schutz vor Pfeilen 3. Bin ich mir gerade nicht sicher, was ich anhabe. Den behalte ich mal lieber. Aber ich hätte hier ja zum Beispiel noch das Zeug da. Das würde sogar schon ausreichen, sehe ich gerade. Ich würde erstmal den ganzen Kleinkram hier loswerden. Das da und das da und das da und mein Sumpf kraut meinetwegen auch gleich. Und dann nehme ich mir erstmal die Flügel wieder zurück, weil die ja nur einen Inventarplatz brauchen. Und dann sehe ich gerade die Felle. Sind auch nicht so viel wert. So. Jetzt. Gut, die sind alle gleich viel wert. Ah ne, die Zähne. Zähne geben. Fünfer Schritte. Sehr schön. Da kann ich genau die 3000 voll machen. Damit ist der Mega-Handel der heutigen Folge abgeschlossen. Und ich bin, naja, kein Millionär. Aber, naja, 4000 der oder so. Ein 4000-er. Hihi. Mit L. So, Millionär und Millionär. Na, 4000-er. Na, egal. Schlechtes Wortspiel. So, ich würde jetzt gar noch eben schnell Raven finden. Bevor ich mich hier verzettel. Kronos müsste da unten sein, irgendwo. Raven, bist du hier? Nein, du bist Wolf. Hallo. Will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Kannst du mir was beibringen? Achso, du sagst mir nur, wo ich die anderen finde, die mir das beibringen. Zwei Venditen. Ah, ich will nicht runterspringen. Wo finde ich Raven? Raven könnte natürlich auch der sein, der draußen das kämpften. Das wäre Blade. Was kann, was? Was kann der mir beibringen? Wo finde ich... Nein. Der hat auch nichts für mich. Ist vielleicht Raven hier irgendwo dabei? Soltner, Soltner. Soltner, Torloff, Soltner. Okay, da habe ich zwei Theorien. Entweder ist Raven eine Leibwache von Lee. Und bei Lee hier oben zu finden. Hey, ich sag da oben. Oder er ist eben doch der Typ draußen, der Kämpfen beibringt. Lee und... Ach, Urik. Verdammt. Gut, dann wird es wohl der Typ draußen sein. Da wollte ich eh noch hin, um zwei Handhaufen benutzen zu können. Und zwar sehr gut, natürlich. Das mache ich mal eben noch schnell. Ich weiß, die Folge ist mir dann ein bisschen zu lang. Aber ich glaube, ein, zwei Minuten kann ich mir erlauben zu überziehen. Oder ist Raven irgendwo bei der Mine zu finden? Das könnte natürlich auch sein. Also bei der Mine da hinten. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah, das ist Kord. Na, was soll's. Bring's mir bei. Zeig mir, wie ich im Umgang mit Waffen noch besser... Na gut. Nutze den... Nein, das waren ja Einhandwaffen. Ich wollte zwei Hände lernen. Ach, Mist. Wo habe ich gespeichert? Ach ja, hier direkt nach dem... Ja, okay. Puh, Glück gehabt. Gut, äh... So viel dazu. Ich sollte die Folge beenden. Und, äh... Genau. Beim nächsten Mal werde ich dann... ...das Gespräch... ...mit dem Magier hier unten suchen. Oder ist Raven vielleicht hier unten irgendwo? Menö, wo ist Raven? Komm schon, ich werde ihn jetzt auch noch finden in der Folge. Ich habe da doch gelacht. Naja, hier war ich schon, ne? Vielleicht... Ah, da unten könnte er sein, ne? Da war doch auch Gorin... Äh, Gor... ...Gorn. Söldner. Hm. Na gut. Eben doch kein... Dann halt eben doch kein Raven. Vielleicht war er doch im neuen... Äh, im alten Lager und ich hab's verpennt oder so. Keine Ahnung. Ich mach mich mal schlau offscreen. Und, äh... ... beim nächsten Mal... ...wissen wir dann mehr... ...und red mit Kronos. Und, äh... ...werden Söldner und... ...lernen zwei Handwaffen. Muss noch rausfinden, wo. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.